ARD Text im Auftrag von Funk Ja, Pizza. Pizza. Irgendwelche Bullshit-Pizza mit Döner und Pommes. Nein, das war nur einmal. Ich hab mir einmal um 2 Uhr nachts hab ich mir Pommes-Pizza bestellt. Das war okay. Muss man einmal ausprobiert haben. Fahr du, Mann. Ich fahr. Fahr du, Bro, ja. Äh, mein Controller geht nicht. Alles klar. Oh! Ja, das, ähm... Jetzt geht er, jetzt geht er, jetzt geht er, jetzt geht er. Komm Jux, schöne Rotation, schöne Spielzüge, jetzt nicht meckern. Basti, du musst noch ein bisschen den Coach machen, ja? Ja, nochmal, nochmal. Ja, pass mal den Coach. Oh, der fliegt. Uh, Basti. Hab ich? Ja, das ist ein schöner Pass. Okay, ich bin im Tor, ich bin im Tor. Moment. Ja, nimm den mal. Komm mit Liebe. Ja. Ja. Ich geh ins Tor wieder. Hat er. Kommt hoch, kommt zu uns. Nimm ich. Hab schon, aber... Okay, schön, schön, schön. Oh, der fliegt ja ran. Ja, der ist free. Oh, ja, der ist free. Oh, ja, der ist free. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ich stehe in der Mitte, ich stehe in der Mitte. Kommt. Oh! Let's go! Let's go! Yeah! Let's go, boys! Und alles wieder auf Null, Jungs. Alles wieder auf Null. Da muss man ein bisschen... Mach die Brust raus! Brust raus, Arsch rein, sag ich. Haha. Ja, Mann. So, wer von euch beiden fährt, ihr süßen, ne? Kevin fährt. Ich bin rechts. Ich fahr! Okay, schön. Oh, der kam ganz krass gepitcht. Oh, mein Gott, Basti, du bist der Beste. Oh, Basti, hast du noch mal ein bisschen, äh... Bisschen trainiert? Was hab ich? Ich spiel momentan... Sehr viel Rockley. Habt ihr den einen Typen gesmasht? Ja, warte mal dran. Die Pille ist noch heiß, Jungs. Pille ist noch heiß, Pille kommt. Hab ich? Nee, krieg ich nicht. Ja. Ich geh nach hinten. Na, Schaden hätte ich haben können. My bad. Boah, ich bin gut in Form. Ja, das ist das Gute. So wie jemand, der viel am Trainieren ist, zum Beispiel. Yo, holy shit. Oh, 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 oh! Karl! Oh, let's fucking go! Go fucking job! Holy shit! Check, da hast du auch selber gepasst. Und nochmal. Bro, das wird gut. Pfff! Und Führung? Junge, besser als Basti. Basti trainiert jeden Tag mit Coach. Das würde ich nicht so sagen. Das würde ich nicht so sagen. Ja, Karl und ich können ja gerne mal 1-on-1 machen. Ja, in 1-on-1 ist halt Basti absurd. Ich fahr? Also was so Tribbeln angeht und sowas, Basti ist geisteskrank. Hast du Basti? Ja, Tribbeln bist so insane, Basti, no joke. Das bringt halt auch so viel für so, äh, für du und so, ne? Schön. Naja, jetzt, Dribbling, du kommst ja kaum in solche Situationen wie in sowas. Ja, du hast halt schon 1-on-1-Situationen. Vielleicht nicht immer den 3-on-3, aber in 2-on-2 auf jeden Fall. Hat man das krass gemeldet, dass du dich verbessert hast. Danke, Jungs, das ist echt lieb. Basti, ich bin so stolz auf dich. Du machst die Familie stolz. Ich bin halt no joke stolz auf dich. Oh. Was, man? Bin dran. Ja. Bin dumm. Alles gut. Nice, guter Kord. Hab ihn geboomt. Oh, hab ihn, äh, hab nichts gemacht. Nice. Der kommt Mitte. Bin noch hinten leider. Boah, schade, Ticker, der war aber nice. Basti, hast du den? Geh du ran. Ja, nee. Oh, warte, hab ich. Oh, doch nicht, ich war verwirrt. Ja. Okay, dann machst du mit Wetten, ob wir gewinnen? Ja. Sehr gut. Könnt ihr mich gleich daran erinnern, dass ich meine Musik ein bisschen lauter mache? Das wäre süß. Ich kann mich gerade leider nicht mitten. Schön, bleib mal dran. Ich würde da hinterher gehen. Ja, mach das mal. Der wurde mir ja weggeschnapst so. Der wurde mir noch ein bisschen nach vorne geräumt. Bin absolut stuck. Ja. Ist Heuschnupfen wegen dem Kribbeli Nazi. Oh mein Gott, huge. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, ich bin so blöd. Ich wusste, was ich machen soll. Der ist noch mal so nach oben gebounced. Oh mein Gott, Junge. Egal, jetzt alles auf null. Ich farm? Ja, alles auf null. Aber die Gegner sind auch echt gut. Diese Sounds immer, ey. Liebes, jedes Mal was neu. Ja, Pros spielen mit Sounds aus. Ich krieg die Ball gar nicht. Oh, oh, was kannst du nehmen? Oder Karl, schön. Ja, hab ich's. Oh, okay, hat er. Ja. Hittet er den nochmal? Warte. Ich würde hinterher? Ja. Ich gehe gut nach vorne. Oh nein, was? Oh mein Gott, was denn? Oh mein Gott. Er ist free. Oh nein. Wurde ausgetribbelt. Wir dürfen nicht so viel Double commit. Ja, finde ich auch. Äh, was du? Ja. Sorry, ich wusste nicht genau. Ja, ja. Ich muss. Oh, Memo, Alter. Komm nochmal. Bin drauf. Sorry, ich habe auch doppelt committed. Mann, ich spiele wie so'n... Wie so'n nonstop, der so'n grauen Namen im Chat hat. Du willst überhaupt Chat-Areno? Ja. Hm. Oh. Ja, ich wollte den nicht wegnehmen. Oh, fuck. Oh, fuck. So dumm. Einfach zufällig abgelenkt. Hast du? Ja. Ja. Sorry, Karl. Den hättest du auch haben können, aber... Nee, nee, nee. Ist gut, ist gut. Der kommt für dich. 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 Schade. Ich geh nochmal back. Geht ran. Ah, bin dumm. Hab ich, hab ich, hab ich. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ja. Ganz falsch. Ja, wir dürfen so her nicht rangehen. Das ist halt ein schöner Pass für ihn. Ja. Egal. Ein Tor, drei Sekunden, easy. Ja, das geht voll klar. Karl fahr, du mal. Fahr. Ich fahr, Boost holen. Okay. Basti holt meinen Boost. Ja, es gibt bei 200 da hinten. Einen oben. Ja, und wenn ich recht stehe, dann hole ich wahrscheinlich den. Oh, oh, fuck. Bin ich drauf? Ja, Basti, Basti. Das ist deiner. Das ist deiner. Junge, wie kann man so denn? Holy shit. Oh, ganz entspannt. Boah, das war so saftig. Nein, ich wusste, dass es deiner ist. Ich wusste, dass es deiner ist. Dicker, Junge. Holy shit. Ganz ruhig zu Ende. Ey, das war good stuff. Das war ultra sick. High fährt. Aber guck mal, da siehst du, das hast du halt auf jeden Fall in 1v1 viel gelernt. Ja, auf jeden. Das ist halt krass, da bist du so gut geworden da drin. Gerade in unserer Elo habe ich das Gefühl, das ist so OP. Ich weiß nicht, wie es auf High Elo ist, aber hier ist es insane. Wir drücken nochmal. Oh, fuck. Nee, Jungs, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, Junge. Wirklich dieser Sound, Dicker. Oh mein Gott. Ja, das war ein bisschen Trash. Das war ein bisschen Trash. Da wusste ich irgendwie nicht, was ich machen soll. Du standst halt voll weit draußen. Ja, ich wusste halt einfach nicht, wie er den Ball nimmt. Ja, aber es ist halt... Ja, es ist keine mein Bad, I guess. Nee, es ist auch... Es ist auch... Es ist auch mein... Es ist insane mein Bad. Wäre ich gut, hätte ich das... Hätte ich das... Hätte ich das gerollt. Als nächstes Eleven sagte,... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. S betались nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017